Hallo, willkommen auf dem Borussia-Nachrichten-Kanal. Es ist mir eine Freude, Sie hier zu haben. Abonnieren Sie den Kanal, um über alles, was in Borussia, unserem Herzensclub, passiert, auf dem Laufenden zu bleiben. Ohne weitere hinzufügen, erhalten wir die aktuellen Nachrichten von Borussia. BVBQ mit Gerasi ist offenbar fix, 19.09 Uhr. Der BVB darf offenbar die Verpflichtung von Seru Gerasi feiern. Wie Sky- und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, hat sich der Stürmer des VfB Stuttgart für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden. Auch die Stuttgarter Nachrichten vermelden dies. Zuletzt war bereits vermeldet worden, dass er die Schwaben über seinen Abgang informiert hatte. Nun ist also offenbar auch die Entscheidung für den BVB gefallen und damit gegen Milan, Arsenal und Chelsea, die ebenfalls als Interessenten gehandelt wurden. Laut Sky gibt es aber noch finanzielle Details zwischen Dortmund und Gerasi zu klären. Nach Sport1-Informationen hatte der VfB bis zuletzt um seinen Leistungsträger gekämpft und dem 28-Jährigen sogar mehr als das Doppelte seines bisherigen Gehalts geboten. Bei einem Verbleib hatte der Angreifer somit etwas über 8 Millionen pro Jahr bekommen. Nun folgt aber doch der Wechsel nach Dortmund. Möglich macht das trotz eines noch bis 2026 gültigen Vertrags in Stuttgart eine Ausstiegsklausel, die bei knapp 20 Millionen Euro liegen soll. Der Nationalspieler Gineas sorgte mit 28 Toren in 30 Bundesligaspielen in der abgelaufenen Saison für Furore. Was denkst du darüber? Haben Sie das erwartet oder nicht? Kommentieren Sie Ihre Meinung, ich würde gerne wissen, was Sie darüber denken. Achtung und beachten Sie den Kanal, denn ich veröffentliche immer die neuesten Nachrichten von Borussia. Abonnieren, um es nicht zu verpassen. Bis später.